Willkommen zu meinem ersten Interview in der Reihe plus minus zehn Minuten. Heute treffe ich mich mit Prof. Dr. Tobias Rosefeld von der Humboldt-Universität zu Berlin, um in plus minus zehn Minuten über die Philosophie Immanuel Kantz zu reden. Was ist das Besondere für Sie an Kantz-Philosophie? Also ich würde das lieber in einer Metapher als in einem einzelnen Satz beschreiben. Und die Metapher ist die, die Kant selber wählt, indem er seine Philosophie als eine der kopernikanischen Wände bezeichnet. Und das ist ja irgendwie ein Bild aus dem Bereich der Astronomie, das ungefähr so funktioniert, wie wir sehen etwas. Wir sehen eine bestimmte Veränderung. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und erst mal denken wir ganz lange Zeit, das muss daran liegen, dass mit der Sonne sich etwas ändert. Und irgendwann sehen wir einen, nein, ich kann dieses Phänomen auch anders erklären oder anders beschreiben, nämlich dadurch, dass ich merke, dass sich bei mir etwas ändert, dass ich meinen Standpunkt sich drehe. Und dieses Bild hat Kant gewählt, um die Grundeinsicht seiner eigenen Philosophie zu charakterisieren. Die Problemlage kann man vielleicht so charakterisieren, dass es so zwei Tendenzen in der Philosophie gibt. Es gibt einmal die Tendenz zu sagen, wir sind der Meinung, da ist irgendetwas objektiv der Fall und vielleicht auch notwendigerweise der Fall. Und gerade wir Philosophen und Philosophinnen sollten uns darum bemühen, das herauszufinden, das zu beschreiben. Und dann gibt es eine andere Einsicht, die sagt, ja, aber wir müssen doch auch schauen, wie wir das erkennen können, was da objektiv der Fall ist. Und wir müssen auch erklären, warum wir das tun sollen, was da das objektiv Gute ist. Das ist sozusagen so eine subjektivistische Einsicht und die wird in der Philosophiegeschichte dann eher von den Empiristen vertreten. Also wie kann ich als endliches Subjekt denn überhaupt erkennen, was objektiv der Fall ist. Und ganz dreh- und große Einsicht ist jetzt, diese zwei Momente miteinander zu verbinden, um zu sagen, beide haben Recht und ich durch meine kopernikanische Wende kann euch erklären, inwiefern ihr beide Recht habt. Und die Grundidee ist, dass genau das, was notwendig und objektiv an der Welt da draußen erscheint, letztlich in uns gegründet ist. Also in Strukturen unseres Objekts, die notwendig und objektiv sind. Eine Frage, die Studierende gerne stellen, ist, warum ist das heute überhaupt noch wichtig, was Kant gemacht hat? Und vor allem, wozu kann ich das eigentlich gebrauchen? Also natürlich gibt es die allgemeine Frage, wozu können wir Philosophie überhaupt gebrauchen, die beantworte ich jetzt aber mal nicht. Sondern wenn man sich schon entschieden hat, dass Philosophie eine gute Sache ist, warum dann Kant? Also ich nenne mal zwei Gründe. Die eine ist ein historischer Grund. Man versteht eigentlich nichts nach Kant, wenn man Kant nicht verstanden hat. Also Kant ist einer von den wenigen Philosophen, die tatsächlich so einen Wendepunkt markieren in der Philosophiegeschichte, nachdem alles anders ist. Also nachdem man alle Fragen auf eine andere Weise stellt. Ich glaube, dass man, also man kann natürlich auch Autoren und Autoren des 20. Jahrhunderts lesen, aber ich glaube, dass man bei allen eigentlich besser versteht, was dort los ist und was man macht, wenn man vorher auch verstanden hat, was Kant gemacht hat. Also das ist so ein Argument, warum das interessant ist. Aber Kant ist sicher auch deswegen interessant, weil er immer noch Schätze birgt, die man irgendwie auch philosophisch interessant finden kann. Den Gedanken, dass man eigentlich eine Moraltheorie auf den Gedanken der Freiheit aufbauen kann. Und so ein Einwand, den man natürlich schnell hat, ist, wird das Ganze nicht total beliebig? Also wenn ich mir jetzt Gesetze gesellber geben kann, schön, aber kann sich dann nicht jeder ein anderes geben? Und kommt dann noch so etwas wie moralische Verbindlichkeit raus? Und Kant ist der Meinung, ja, wenn wir nur richtig verstehen, also sozusagen diese Idee der Gesetzgebung und der Freiheit richtig verstehen, dann merken wir irgendwie, dass wir frei dann sind, wenn wir vernünftig sind. Und die Vernunft ist nicht beliebig. Die Vernunft ist bei uns allen gleich und insofern kriegen wir da auch verbindliche Gesetze. Ich glaube, also Freiheit für Kant ist eben gerade nicht Willkür. Ja. Ich glaube, das ist nicht der Punkt, ja. Wie war Ihr persönlicher Weg zu diesem Thema, zu Kant? Mein persönlicher Weg zu Kant war sehr krumm. Ich habe in der Schule ein bisschen Kant gemacht, aber sehr oberflächig und habe daraufhin Kant überhaupt nicht gemocht. Ich dachte, das ist ganz schrecklich, protestantische, strenge, uninteressante Philosophie. Und habe dann Philosophie studiert und dachte immer, ich muss es schaffen, bis zu meinem Magisterabschluss zu kommen, ohne jemals ein Kant-Seminarbesuch zu haben. Und bin am Anfang zum Beispiel sehr gerne in Nietzsche-Sachvorlesungen gegangen und Seminare. Und dann habe ich in diesen Nietzsche-Seminaren festgestellt, dass Nietzsche sehr viel von Schopenhauer spricht und immer sagt, dass Schopenhauer Unrecht hatte. Dann dachte ich, ich sollte mal Schopenhauer auch lesen. Habe ein Schopenhauer-Seminar, habe alles von Schopenhauer gelesen und war für ein Semester oder ein Jahr lang, glaube ich, totaler Schopenhauer-Jahner. Und Schopenhauer wiederum schreibt immer wieder, dass, schreibt sehr viel über Kant und sagt immer wieder, dass Kant halt total Unrecht hat. Und irgendwann dachte ich, so, jetzt sollte ich auch mal Kant mir angucken. Und dann bin ich irgendwie zu Kant gekommen und dann habe ich gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, als Philosoph jetzt selber Nietzscheaner oder Schopenhauer-Jahner oder Kantianer zu sein, sondern dass man einfach sieht, wie, auch wenn man vielleicht nicht voll und ganz zustimmt den Dingen, die die Leute sagen, kann man sehen, wie gut die eigentlich sind und wie clever sie sind. Und bei den drei Genannten würde ich sagen, ist Kant einfach der, der klarerweise der brillanteste Philosoph ist und der so das imposanteste Gesamtsystem präsentiert hat. Und deswegen bin ich dann da hängen geblieben. Ja, ich bezeichne mich auch gerne als Kantianer im Widerwillen, weil ich weiß, dass ich einen großen Widerwillen hatte. Genau, so war es bei mir. Ich wollte das, aber ich, ja. Genau, aber man hört halt, also zum Beispiel sowas wie dieser kategorische Imperativ, den kennt man aus der Schule und den findet man dann erstmal schrecklich beengend und bierernst. Und irgendwann merkt man, nein, das ist so spannend, weil es eben gar nicht die Forderung, die da erhoben wird, eine ist sozusagen, ist letztlich die, die Forderung sei frei mit allen Konsequenzen. Also sei frei, sodass Freiheit konsistent denkbar ist. Und das ist natürlich eine sehr, also auch für junge Leute, die gerade frisch an die Uni kommen, ist so eine Maxime, glaube ich, oder so eine, so eine philosophische Agenda irgendwie sehr, sehr spannend. Und das, man braucht bei Kant so eine Weile, um diese Aspekte bei ihm vielleicht zu entdecken. Aber wenn man sie entdeckt hat, dann macht es sehr viel Spaß. Mit dem etwas nicht ganz so geraden Weg zu Kant haben wir auch schon die Schwierigkeiten angesprochen. Was wollen Sie sagen, was ist die größte Schwierigkeit oder die größte Herausforderung, wenn man sich beginnt, mit Kant auseinanderzusetzen? Also die größte Schwierigkeit ist, dass man erstmal praktisch nichts versteht, wenn man es direkt liest. Also die Texte sind, die meisten Texte oder die wichtigsten Texte sind extrem schwer zu verstehen, weil sie in einer Sprache geschrieben ist, die einem heute nicht mehr so geläufig sind. Also sie sind natürlich deutsch, aber sie haben Kant versucht, seine eigene deutsche Terminologie zu entwickeln, baut aber auf einer weitaus differenzierten lateinischen Terminologie ein, die er versucht einzudeutschen. Und da kommen dann Wortgebilde raus, die wir erstmal gar nicht verstehen. Und zweitens schreibt er eben, hat er sehr komplexe Ideen und er versucht häufig diese komplexen Ideen in einen Satz zu bringen, weswegen diese Sätze sehr lang sind. Das heißt, man liest es am Anfang und muss das eigentlich sich erstmal übersetzen und in seine eigene Sprache zu übersetzen. Und das würde ich sagen, ist schon die größte Herausforderung, aber auch das, was, wenn man es dann mal schafft, wahnsinnig viel Spaß machen kann. Also es hat gar keinen Sinn, jetzt Kant einfach nur in seiner eigenen Terminologie nachzubeten und zu lernen, Kantianisch zu sprechen. Aber es hat ganz viel Sinn zu versuchen, das, was er sagt, mal einfacher und schrittweise in eigenen Worten auszudrücken. Ich benutze Kant auch gerade deshalb gerne als Beispiel für meine Tutorials, weil man dort zeigen kann, wie die Schwierigkeiten in der Philosophie auch generell liegen und wie man die ganz auflösen kann auch. Und ich habe mal einen Satz von Kant genommen aus der Kritik der reinen Vernunft und habe tatsächlich fünf einzelne Hauptsätze daraus extrahiert und mit den Studierenden zusammen. Und dann haben sie gesagt, das kann man verstehen. Wir mussten doch nicht mal die Terminologie ändern, sondern allein der Satzbau, würde ich auch sagen. Und die Terminologie ist natürlich auch Sache zu tun. Ja, und man muss sich eben bei Kant daran gewöhnen, dass man bestimmte Dinge sehr langsam liest. Also mein erstes Kant-Seminar, bei dem ich dann gelandet bin, war ein Hauptseminar, wo wir in einem, das dauerte sogar zwei Semester und wir haben gar nicht sehr viel mehr als ein paar Seiten geschafft zu diskutieren. Das muss man natürlich in der Gruppe tun. Das hat jetzt, glaube ich, keinen Sinn, wenn man das nur alleine so langsam liest. Aber man kann eben in jedem kantischen Detail unendlich viel entdecken. Und man muss sich, sagen, die Zeit geben, auch erstmal lange Zeit nichts zu verstehen. Also auch ich, der ich jetzt Philosophie-Professor für Kant geworden bin, habe die ersten ein, zwei Semester in der Kritik der reinen Vernunft, würde ich sagen, eigentlich letztlich sehr wenig verstanden. Ich habe immer gedacht, da ist was, ich habe so eine Ahnung, aber ich hätte es nicht richtig in eigenen Worten wiederholen können. Das heißt, das dauert. Und wenn man jetzt anfängt, ich sage mal, mein Rat an Studierende, die damit beginnen, ist, man muss sich Zeit nehmen und man muss das zulassen. Man muss diese Texte schon auch lesen, aber es dauert einfach. Aber am Schluss lohnt es sich. Wir haben jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, die den Einstieg auch erleichtern können in Kantswerk. Haben Sie noch einen Tipp, vielleicht etwas, was Ihnen geholfen hat oder was Sie bei Studierenden auch mitbekommen haben, dass es geholfen hat, was den Einstieg erleichtern kann, sei es ein bestimmtes Buch, das Sie empfehlen würden oder auch eine Methode, vielleicht eine Art zu lesen oder irgendwas ganz anderes? Also die eine Frage ist, welche Schriften von Kant sollte man eigentlich zuerst lesen? Und ich glaube, so tendenziell ist es ein bisschen einfacher, mit Kants praktischer Philosophie anzufangen als der theoretischen. Das heißt, wenn man ein Hauptwerk von Kant lesen will, ist die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten sicher ein toller Einstieg. Die ist auch gar nicht leicht, aber ich glaube, man versteht schneller, was es geht als bei der Kritik der reinen Vernunft zum Beispiel. Ein sehr schöner Einstieg, wenn man jetzt nicht so ein richtiges Hauptwerk lesen möchte, aber mal Feuer fangen möchte für Kant, ist eine ganz kleine Schrift. Die heißt mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte. Die ist ziemlich kurz und gar nicht so fachphilosophisch geschrieben, sondern sehr studistisch brillant und sehr lustig auch. Und da versucht Kant, eine Entwicklung dessen, was den Menschen ausmacht, zu skizzieren, indem er eine Reinterpretation der biblischen Sündenfallsgeschichte gibt. Und man verweist immer sozusagen auf die einzelnen Details dieser Geschichte. Man sollte das Lesen mit der Bibel nebenan. Kant versucht in dieser Schrift die Sündenfallsgeschichte als eine Geschichte der Erweckung der menschlichen Freiheit oder des Bewusstseins der eigenen Freiheit zu reinterpretieren. Also man kriegt sozusagen einen Kerngedanken von Kant mit und noch dazu auf literarisch unglaublich gelungener Weise. Also das vielleicht so ein bisschen zu den Werken. Und ansonsten gibt es natürlich Hilfsmittel, es gibt Einführungen. Es gibt ein tolles neues Lexikon, was man vielleicht nennen sollte. Das heißt Kant-Lexikon. Und da haben sozusagen die deutsche Kant-Forschung in den letzten fünf bis zehn Jahren eigentlich alle daran mitgearbeitet, um alle wichtigen Grundbegriffe bei Kant auf den Begriff zu bringen. Also zu kurz zu skizzieren, was Kant mit einem bestimmten Begriff meint und was da die wichtigsten Stellen sind und welche so die wichtigsten Kontroversen in der Sekundärliteratur dazu sind. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich, wenn man beginnt, wenn man dort dann Dinge nachschlagen kann. Ja, das Kant-Lexikon finde ich auch ganz großartig, zumal es das auch als Studienausgabe gibt, die, glaube ich, nur 29 Euro kostet. Gut, also sofort anschaffen. Das wurde auch schon von einigen Studierenden als Weihnachtswunsch notiert, habe ich mitbekommen. Gut, ich glaube, das war ein schöner Überblick, wie man zu Kant finden kann, welchen Herausforderungen man sich stellen muss und wie man die dann meistern kann. Und ich danke Ihnen jemals, dass Sie das Interview mit mir gemacht haben. Dankeschön. Und vielleicht sind wir beide auch Vorbilder dafür, dass man sich nicht entmutigen lassen muss und auch wenn der Weg ein bisschen krumm ist, er trotzdem noch positiv zu Kant führen kann. Das würde mich freuen. Vielen Dank. Gerne. Habt ihr einen Begriff oder eine Theorie aus dem Bereich der Philosophie, die ihr schon immer mal kurz und knapp erklärt haben wolltet? Dann schreibt mir einen Kommentar oder kontaktiert mich über die Website. Tag. Tag. Untertitelung des ZDF, 2020